Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Linde. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zu Vorbereitung bei Infos. Also, die Firma kommt aus Irland und ist in der Industriegasbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 1,1%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um ca. 17,5% angestiegen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei ca. 9,4%. Und hier gibt es für mich insgesamt 2 von 2 möglichen Pluspunkten. Dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um ca. 13,5% angestiegen. Und auch dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei ca. 7,7%. Und hier gibt es für mich 1,5 Punkt. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3,8% nach oben gegangen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei ca. 11,4%. Und hier vergebe ich einen halben Punkt. Dann kommen wir zum vierten Kriterium, zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analysten Schätzungen soll der Gewinn zwischen 2023 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 12,7% ansteigen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir insgesamt einen Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Cashflow zwischen 2023 und 2026 durchschnittlich pro Jahr um ca. 5,9% ansteigen. Und dieser Wert ist ebenfalls schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir einen halben Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Umsatz zwischen 2023 und 2026 durchschnittlich pro Jahr um ca. 5,5% ansteigen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir beim dritten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir einen Punkt. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote unterm Strich von 51% auf 47% verbessert in den letzten 10 Jahren. Und hier gibt es von mir dann nochmal einen Punkt zum Abschluss. So, dann kommen wir dann damit zum Gesamtergebnis. Und hier holt Linde in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 7,5 Punkte von 13 maximalen möglichen Pluspunkten. Und in meiner Wachstumscheck am Lande der Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Wachstumscheck. Und hier landet Linde momentan mit den 7,5 bereichten Punkten hier auf dem 12. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr jetzt seht, kommt ihr übrigens direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. So, und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfilm, da seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 26. Februar 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan oberhalb der gestrichene Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video, den zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht es gut, bis zum nächsten Mal.